hallo leute ja wir sind hier in felten wir haben letztes mal hier das kraftwerk war glaube ein kraftwerk mit kohle versorgt wir haben es zum schluss dann doch noch finanziell unterstützt damit es nicht pleite geht und das sieht erst mal gut aus wir können schon mal die pause rausnehmen zu kommt auch der hat allerdings nicht viel geladen 11 war das glaube das ist jetzt ein bisschen komisch das müssen wir mal nach dem logo noch mal gucken warum und wieso das so ist so kurz einmal schauen ich habe wieder mal ein tonproblem stelle ich gerade fest keine ahnung warum wieso und deshalb jetzt hört er was gut ich muss mal noch mal das fenster da schließen ja so der zug hat abgeladen er hat er wir haben hier 45 ok das ist noch nicht voll wir müssen auch schauen dass wir hier wahrscheinlich noch ein fahrzeug kaufen weil mit einem fahrzeug wird das mit der kohle nicht so hinkriegen glaube kaufen wir mal oh wir haben nur 4000 das war jetzt knapp aber egal das kriegen wir hin und das ist jetzt der fährt auf route 65 ok in die route 65 route 65 und lass ihn auch fahren dann sind zwei da die das da jetzt hinbringen und dann sollte das ja eigentlich auch hier flucken oder die haben jetzt 20 was ist hier noch hier wird noch was gebraucht da sind holzträger aber die versorgung ist schon gut ok das heißt da kommt schon zug an oder wie sehe ich das ich habe aber kein gesehen ah das ist wahrscheinlich der zug mit dem holzträger war voll ist der auch nicht oder doch ne da fehlen auch welche aber naja da läuft es ja erstmal gut das heißt wir haben in diesem städtchen alles geschafft was wir schaffen wollten sind zwei einheiten und die passen erst mal hier unten sehe ich gerade die forschung die wird auch bald fertig sein 71 von 75 abgeschlossen und hier unten fehlt es aber noch 10 von 100 ok da ist noch nicht alles fertig dann lagerhaus kümmer zu machen depot kümmer auch zu machen wir müssten jetzt weiter gucken wo hier noch was ist was wir noch beliefern können hier haben wir kies aber das sieht schlecht aus genau das passt hier haben wir schrecklich na frage 95 und das ist auch kohle ne geliefert 10 e war nicht drehen was war denn drehen er näher weiß ich auch nicht y karte drehen kann ich nicht also rechts beide maustasten drücken und dann drehen bewegen so wer ist hier für den denn zuständig logistik geht nach da wie es ost und übersicht sind hier fahrzeuge fahren hier rute 59 kies und kohle was fährt er er fährt kohle und liefern kies der auf jeden fall und dann der wahrscheinlich auch ne ja ok hier ist nur ein fahrzeug drauf das erscheint mir dann als zu wenig kohle zur wirkes südost da ist die garage können wir schon kaufen ja können wir kohle wagen ist der kaufender kohle zu wirkes südost dann lassen wir den auch noch fahren dann wird das auch ein bisschen besser weil das ist glaube ein bisschen knapp so das hatten wir auch hier ist auch schlechte oder sind noch fünf im lager eigentlich geht das das haben wir hier steinziegel geliefert sind hier 30 logistik ist direkt nebenan und hier ist übersicht es kommt ein fahrzeug an und macht hier die steine ok das ist vielleicht auch ein bisschen knapp stein zu melrich stadt nord stein zu melrich stadt nord kommen wir noch ein fahrzeug und das kriegt stein zu melrich stadt nord stein zu melrich stadt nord das wäre der stadt passt aber auch was gemacht hier ist grün mit der kohle hier ist kupfer in rot schläglich hier ist auch noch nie was geliefert worden wo haben wir doch kupfer oder hat mal kupfer nicht dann auch sein hier hinten war sand ja hatten wir kupfer irgendwo schon kupfer vorkommen ich bin mir jetzt nicht sicher wir hatten irgendwo was gekauft aber ich glaube nicht dass das mit kupfer war hier stein hier ist kupfererz ja müsste man jetzt mal gucken dieser zug ist das wo fährt er hin feld nord ost das ist hier und fährt nach borgenteich nord das ist hier ok der fährt ganz weit weg da das sind hier ist auch die anlieferung sehr gut na wo war das mit dem kupfer hier das ist von da nach da da kannst du auch von da nach da fahren wäre die anlieferung hier bei heubach halt ist allerdings nicht im bereich wenn ich jetzt aber das depot da einstelle terminal hüter terminal das wäre so dann werden die beiden da ne wird das so reichen machen wir mal oder ja das würde so reichen jetzt müssen wir nur gucken dass man zug da hinkriegen aber mit 24.300 wird das etwas schwierig oder wir würden dem sagen fahr mal einmal da lang einmal da lang oder der fährt ja schon hier hinten lang oder der fährt hier lang wohl das ist die linie fällt nord ost müsste und dann ist dann beim zweiten mal dahin fahren nach heubach halt käme der hier lang der kommt ja hier raus ne hier und daraus würde hier lang fahren gehen wir da aber gar nicht rüber glaube müsste hier lang kommen hat doch hier geht's lang könnte er also das war der hier unten bearbeiten halt hinzufügen wäre jetzt dieser halt wo ist er der noch mal laden voll laden und würde dann nach heubach halt entladen und das müsste dann funktionieren und das ist der zug den jetzt mal beobachten der fährt jetzt hier lang und mal auf drei geld haben wir gerade 90.000 rund weg das geht also wo fährt er jetzt hin und durch nord fährt er jetzt noch mal okay dann lassen wir das halt noch mal gewähren insolvenz vermieden ok keine ahnung wer es war so und jetzt fährt er nach velten nord ost in der zweiten runde und dann sollte er nach heubach halt fahren wenn das klappt ich hab da nur ein depot und kein lager gebaut kann das sein müssen wir gleich nochmal checken lädt er? ja der lädt das heißt wir müssen jetzt mal gerade noch ein lager bauen lagerhäuser lagerhaus groß drehen wir um passt und da soll kupfererz rein und wir müssen wieder zum zug da kommt er der entlädt gut und jetzt liegt das hier drinnen aber der kriegt es nicht da raus oder wie sehe ich das? nochmal gerade wieder langsamer hier aber eigentlich ist es hier drüber doch gewährt oder? ja das ist jetzt die frage ne hier sehe ich jetzt keine änderungen logistik ist klar geht nach da ja irgendwie funktioniert das jetzt nicht ne? wie ich mir das vorgestellt habe fahrzeuge können laden steht da ja die 48 hiervon die logistik ist leider nicht in dem bereich kommt mir so vor wir werden erstmal testen ob das geht ein fahrzeug dahin zu fahren der fährt eine runde und kommt wieder und dann wollen wir mal gucken ob er das in die richtige richtung bringt gut gut verärzt kaufen fahrzeug aufrufen halt hinzufügen hier laden vollladen nächster halt fahr einfach darüber ein halt ohne stop durchführen und dann halt hinzufügen da und entladen speichern als kupfererzumerich statt 9 und wir probieren es aus so dann mal schneller laufen lassen und schauen ob wir das spiel ausgetrickst haben der lädt müssen das nochmal aufmachen und der hat hier im lager jetzt drei das sieht so aus als ob das funktioniert oder zwei der fährt jetzt hier immer dieses stück hin und her und alles ist gut ja wir haben das spiel überlistet ich will das jetzt hier nicht so gut das ist erledigt läuft und dann wollen wir mal gucken wie es weiter geht na wie ist es jetzt hier ja 14 von 90 geht erstmal Lagerhaus hat noch 28 der fährt jetzt da kommt da gerade die zweite rutsche ich denke der war voll passt also und dann fährt er hier unten noch hin und hier war ja grün das ist jetzt auf gelb aber ich glaube durchschnitt ist nicht schlimm dann wird das mit dem preis auch besser bleiben wenn ja zu viel geliefert wird ist ja der preis immer schlecht ne also hier ist alles prima hier ist Lehm ne naja auch Eisenerz ist das ok ist schon mal was angekommen aber im Lager ist jetzt gerade nichts und was bringen die da hin ich hoffe Eisenerz äh ist jetzt gerade leer aber er fährt wohl Eisenerz ne und wo kriegt er das Eisenerz weg ist die Frage ne jetzt hat er glaube ich gerade Eisenerz geliefert ne ich weiß aber nicht wo er es weg holt wo fährt er denn da hin warte mal mal wieder langsamer gepräß halt wo ist denn gepräß halt da ach hier ist der Dingens ja ja passt er holt hier das weg aber da ist nicht immer was da wahrscheinlich ja hier zwei mal fünf ok das hei ist jetzt gehen wir gerade in den Wagen rein da liegen nämlich noch so viele und dann machen wir das Eisenerz nochmal ein Wagen mehr drauf gut lass es erstmal so gut sein ich denke wir sind da auf einem guten Weg ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an kriegt damit welches nächste Video hochladen gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann Ciao